Es geht zwar? Hä, was ist denn mit den Häusern los? Es geht zwar, aber... Jetzt kann ich aber auch nicht zu denen, denen ihr Haus gehen, ne? Wo ist denn das jetzt? Haus, 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 Freundenkabine? Gut. Versuch macht klug, ne? Ich will mal gucken, ob ich jetzt zu Sally komme. Aber ich gehe, glaube ich, hier lang. Sehr schön, dass ihr mich in Ruhe lasst. Also das funktioniert. Aber der Olle da in der Mitte, der macht natürlich Sprinzchen. Ich bin eine berühmte Persönlichkeit. Ah, hübsch hier. Was ist das? Heim für widerspenstige Mädchen. Aha. Warte jetzt. Ah, hier darf ich nicht rein. Oh, hier ist ja was los. Ah, hier habe ich eine Aufgabe gekriegt. Ungeduldige Person. Abends ist es auch nicht so angenehm. Nein, nein, nein. Jetzt müssen wir aber erstmal Sallys Haus finden. Und ich will nicht noch mehr von den Sunshine verbrauchen. Das muss ja hier irgendwo reingehen. Es will nur noch, dass kommt, dass ich am Tag wieder kommen muss. Das ist aber das Haus, ne? Das ist nicht persönlich. Okay. Hier sieht mich ja jetzt keiner. Was ist das? Oh, hier können wir was herstellen. Chemie. Am Disepticum. Essig und Benzin. Kohle und Bleichmittel. Was ist das? Essig. Ich drücke eh. Salpeter. Salpeter, Salpeter. Oh gut. Energiezelle. Da ist nix. Halt hier. Hier, was war das? Lockere Uhr durchsuchen. Leer. Und Benzin. Wir klauen hier. Sallys Klüsselkarte zum Labor. Vielleicht sollte ich auch erst nach oben gehen und hier nicht alles. Emergency Notfall. Nein, das mache ich jetzt nicht. Wir gehen erst mal hoch und versöhnen uns mit ihr, wenn das geht. Now try not to fuck this up. You need a letter of transit. And a old friend. Oh, Sally. Sally. Sal. Sally, who? Arthur. Oh. I'm to have a go at me again. I used to think about what I'd say if I ever ran into you again. But, um, being a complete arse was sort of improvising there. Look, this is not a spectacular time. You said you know General Bing. Yeah. He's a client. A pharmaceutical client. I haven't had sex with anyone in ten years. And if I did, he wouldn't be with that man. Good. Did you really come here for a letter of transit? Or did you just need an excuse? Well, I, uh, sort of do need the letter of transit. Oh, Arthur. If you're really going to do something spectacularly stupid, these might come in handy. Uh, thanks. They make your pupils look teeny tiny, just like Joy does, but they have utterly no effect. What about the letter? Could you do something for me? Of course. I need a bottle of cod liver oil. Look, I'd really like one. Cod liver oil? Why on earth would you want cod liver oil? Like your mum used to torment you with. I wish I could remember her. You know how Joy fucks up your memories. Why? Why would you want to remember your mum? If it's too much to ask. Well, I was kind of hoping for absolutely I will ask my friend the general for a rotten scrap of paper just for old time's sake. I'm being an arse again, aren't I? I'll get it for you. The letter. I'm not crazy. But I am always a little extra complicated. You used to understand. I'll get it for you. I mean, I'll try. You are always the best of the lot. I've missed you so. I really should go. You don't have to. I really, really have to. Arthur. Thanks. I'll just go. Ah, sir. Oh, I meant to say. Cod liver oil. Dr. Verloc has some. At the labs on us, class. Keeps a whole private stash of rare ingredients. And sort of persona non grata there. See, I'm the competition. Look, be careful. Das Treppenhaus ist aber ganz schön runtergekommen. Oh, jetzt haben wir genug Punkte. Endlich. Das hört sich doch gut an, ne? Ja, Ablenkung. Und die... Das wäre auch gut. Aber das ist mir jetzt, glaube ich, wichtiger. Und... Den kann ich, glaube ich, mehr laufen. Das Harvard Labor. Den kann ich jetzt hier auch weiter gucken. Rohrpost. Aha. 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 Ich bin nun mal neugierig. Was haben wir denn hier? Den Schreibtisch durchsuchen. Da ist nichts drin. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich jetzt getan habe. So. Was ist das? Compliment-Maschine. Modus ändern. Kompliment holen? Ach so. Alles klar. So weit sind wir also schon. So. Wo ist denn dieses... Was ist das hier? Ungeduldige Person. Ungeduldige Person. Aha. 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 Hier ist nochmal ein Pub. Und wo ist diese Mission? Da unten. Gut. Das ist das mit der Brücke. Ach, hier ist das mit der Statue. Ja. Vielleicht. Klappt das ja? Ja. Ja, das ist das mit den Nebelproben. Da finde ich... Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Das ist ja... Kann auch ein Fehler gewesen sein. Normalerweise wird das ja immer angezeigt. Test, 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 Test. Gut. Ich weiß bloß nicht, wo ich jetzt lang muss. Da ist was. Eine ungeduldige Person. Mal gucken. Genau vor mir. Das muss eine Telefonzelle sein. Wo man Joy bekommt. Hier. Die haben alle eine Gasmaske auf. Hier. Muss ich da am Tag vielleicht... Ich bin vorbeigelaufen. Am Tag wieder kommen. Okay. Ja, ich habe schon gesehen, dass die Folge sehr lang geworden ist. Ich mache jetzt eine Doppelfolge. So, wartet mal. Ich muss noch mal gucken. Herstellen. Und das kann man an der Werkbank und das am Stinks herstellen. Aha. Ich kann auch was anderes machen. Das habe ich lange nicht getan. Ich habe was gefunden. Scheiße. Scheiße. Ich habe was getrunken. Nicht gut. So, jetzt muss ich mal probieren. Vier. Freude, Sonnenschein, Absturz. Ich probiere einfach mal. Geht nicht. Du bist verborgen. Dann geht das ein bisschen schneller. Seht ihr? Scheint oben zu sein. Nee. Es ist spät oder nicht. Ah, hier. Dass sie sich immer im richtigen Moment umdrehen. Warum kann ich nicht schuppen? Äh? Kann man auch nicht schuppen, wenn man keine Ausdauer hat? Nein. Die kann drinnen bleiben. Ah, jetzt habe ich wieder was genommen. Ah, das ist immer so doof. So, ich drischstelle mal auf eins. Der hat nichts interessantes. Der auch nicht. Wollte mich im Schrank verstecken, aber das ging nicht. Ich weiß nicht, warum ich das alles mitnehme. Ich werde nachher erstmal durchsortieren, was ich denn nicht mehr brauche. Das schmeiße ich weg. Huch. Oh, ein Seve durchsuchen. Elektro-Schloss-Schocker. Habe ich sowas nicht mehr? I. Ich wollte herstellen, so. Ich kann auch gar keinen herstellen. Ich habe alle verbraucht. Was fehlt mir? Schlüsselkarte eines Constables. Aha. Toll. Na, vielleicht finde ich hier ja noch einen Hinweis. Aber hier ist nur der Seve. Gut. Kleiderschrank haben wir durchsucht. Hier. Weiß nicht, warum ich die jetzt mitgenommen habe. Vollis kann. Huch. Hier ist ein Zettel. Das weiß ich jetzt auch nicht, warum ich die genommen habe. Ach, hier ist noch ein Schrank. Ich lasse den jetzt hängen. Ich will nicht aus dem Hahn trinken. Könnt ihr vergessen. Ist hier kein Schrank? Tab. Und dann nehmen wir nur das mit. Braucht das doch nicht alles. Schlafen, verstecken. Hier sind irgendwelche Zettel. Da ist Niklas Schrank durchsuchen. Ach, da oben. Ich frage mich gerade, welchen Schrank ich hier durchsucht habe. Hat das einen Sinn, warum hier immer ein grobes Leintuch und ein Gummi-Entchen ist? Hier war ich schon überall, ne? Früher sah ein Fernseher tatsächlich so aus. Und eine fast runde Bildröhre. Wohl die ersten Bildröhren waren rund. Ach, hier sind auch noch Schränke. Den haben wir auch durchsucht. Ja, das hat sich ja nicht gelohnt. Verschimmeltes Brot. Hm. Und den Kot... Habe ich auch nicht gefunden. Toll. Ihr seid umsonst gestorben. Ich wollte euch ausräubern. Mal kaputt. Was dich kaputt macht. Na gut. Keine Ahnung, ob man das immer macht. Aber er macht es halt. So, ein bisschen können wir noch. In das Haus nicht ohne glückliches Gesicht verlassen. Hier sind auch Zettel, aber die kann ich leider nicht lesen. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir... Oder dass man eine Kombination findet. Für den Safe. Aber dem ist nicht so. Ungeduldige Person. Wo soll denn das sein? Wahrscheinlich geht es nur am Tag. Habe ich die denn jetzt... Was habe ich hier noch gefunden? Ach, warum hat Sally mich geküsst. Ja. Sie mag dich doch. Liebend. Das ist doch nicht so schlimm. Guck mal. Ich bin angesehen. Ich bin ein lieber Mitbürger. Ich weiß nicht, ob der Klopper mich jetzt hier... Hi. Gehe ich hier richtig? In der Annahme? Ne, ich muss geradeaus weitergehen. Ich will mal noch zu diesem Haus mit den alten Damen. Ich denke mal, das wird wieder ein Schachtest werden. Ich weiß sonst nicht, was ich hier weitermachen soll. Wie ich da rangehen soll, ohne dass... NPCs zu Schaden kommen. Aber... Ich muss mal vier... Ich muss mal... Glitz, Sonnenschein... Oh, 24. Ah. Hi. Wir brauchen... Nein, wir brauchen die Maske auf. Und wir brauchen... Und jetzt müsste das eigentlich gehen, ne? Hier. Hätte jetzt... Oh, erwartet. Gasmaske tragen. Wir haben ja hier noch so eine andere Aufgabe. Der Wissenschaft verfallen. Schreite voran und sauge. Wo haben wir denn diesen Sauger? Vielleicht auf drei? Hobbypfeife. Betäubungsfeil. Speibombe. Böller. Absturzspritze. Nebelsauger. So, das haben wir doch dann schon mal schön hingeferkelt hier. So. So, dann können wir auch die Maske wieder abnehmen. Und die aufsetzen. So. Und weiter geht's. Ach so, ich habe ja die Quest nicht mehr. Hm, ich bin ja schlau. Äh, da. Äh, das wollten wir machen. Das ist natürlich cool, dass ich jetzt hier so lang laufen kann. Das finde ich jedenfalls richtig gut. Meine Achse ist fast am Ende. Ist das richtig hier? Ja. Ist sogar ziemlich richtig. Ich kann sogar laufen. Ist das geil. Geil. Und keiner stört sich dran. Und hüpfen. Ich bin was ganz Besonderes. Muss ich hier lang? Ja. Ich muss auch gar nicht durch so eine Speere. Verstehe ich jetzt gar nicht, aber... Habe ich auch kein Problem mit. Ich muss mich überhut. Und hier. Ja. Vielen Dank.